Hey Kinder, was geht bei euch ab? Es gab von Skinbaron wieder ein kleines Sponsoring. Es gibt wieder ein leckeres Giveaway. Und ihr dürft heute mithelfen, einen Knife herauszusuchen. Den Link zu Skinbaron findet ihr unten in der Beschreibung. Das ist mein Partner-Link. Also wenn ihr euch da anmelden wollt und das über meinen Link machen würdet, dann bekomme ich einen kleinen prozentualen Anteil. Keine Sorge, euch wird nichts abgezogen. Das bekomme ich von Skinbaron. Bei euch bleibt alles gleich. Nur der Gewinn von Skinbaron schmälert sich ein wenig, weil ich da eben mitverdiene. Also ihr könnt entweder über meinen Link gehen oder über dieses Codewort. Und wenn ihr das gar nicht wollt, könnt ihr auch einfach die Seite suchen. Also ja. Das Ganze machen wir wieder über Skinbaron. Das ist ein deutscher Marktplatz, auf dem ihr eure Skins verkaufen könnt für echtes Geld. Oder wenn ihr wollt, auch Skins kaufen könnt. Ihr loggt euch hier ganz normal mit eurem Steam-Account ein und habt dann hier oben Verkaufen. Dann wird euer Inventar gescannt. Und schon könnt ihr anfangen, Sachen zu verkaufen. Das ist jetzt hier mein zweiter Account. Darum habe ich jetzt nicht die ultra krassen Dinge am Start. Es gibt auch direkt einen Preisfinder. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Das hat man auf Steam zum Beispiel nicht. Da tragen dann viele einfach irgendwas ein und wundern sich, dass es nie verkauft wird. Dieser Strahl bedeutet den prozentualen Anteil des Preises von dem Steam-Markt. Also wenn ihr hier auf 100% geht, habt ihr den 100%igen Steam-Preis. Da wird es höchstwahrscheinlich niemand kaufen. Darum steht hier auch, ich kann warten. Das könnte sehr, sehr lange dauern. Und deswegen gibt es diesen Preisfinder. Ein guter Kompromiss. Ist gut wie verkauft. Ich brauche dringend Geld. Oder echt jetzt. Also wenn ihr was praktisch verschenken wollt, weil ihr es zu 50% des eigentlichen Preises verkauft. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Mich fragen viele Leute, hey, ich habe diesen und jenen Skin für was soll ich den verkaufen. Hier habt ihr eben direkt eine Hilfe eingebaut. Und wegen diesem Preisfinder sind die Skins auf Skinbaron eigentlich auch grundsätzlich günstiger als auf Steam selbst. Hier kann man also immer wieder gute Schnäppel machen. Vor allem ist es hier am Anfang, glaube ich, auch auf Schnäppchen eingestellt. Das heißt, hier sind einfach jetzt generell alle Schnäppchen. Zum Beispiel dieser Kistenschlüssel. Überleg mal, auf Steam kosten die eigentlich 2,18 Euro oder so. Hier sind sie deutlich günstiger. Aber heute wollen wir uns hier nicht bei den Schnäppchen umsehen, sondern ein Knife kaufen. Beziehungsweise zumindest eins aussuchen. Damit ich es dann kaufen kann. Und denkt alle dran, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr live auf Twitch und freitags bin ich jetzt auch am Stream. Da meistens etwas später, so ab 21, 22 Uhr. Hier oben kann man übrigens generell alles auswählen. Also schwere Waffen, MPs, Gewehre, Pistolen, Zubehör und auch H1, Z1-Skins. Aber wir gehen jetzt hier auf die Messer. Gehen wie gesagt auf die 50 Euro. Das ist der nächst passende Preis an den 50 Euro, 50,06 Euro. Jetzt ist hier eben diese Preisspanne drin von 0 bis 50. Und wir können uns durchklicken. Man kann auch direkt hier noch einstellen, was es eben nicht sein soll. Wir drücken jetzt zum Beispiel auf so. Und dann ist eben nichts dabei, was total im Arsch ist. Man kann den Zustand aber auch einfach anklicken und hier drüben auch noch andere diverse Sachen auswählen. Stat-Track, Aufkleber, Souvenir, bla bla bla. Also man kann hier wirklich alles Mögliche einstellen, um den Skin zu suchen, beziehungsweise zu finden, den man haben möchte. Achso ja, noch ganz kurz. Wenn ihr hier Skins verkauft, dann könnt ihr dann auf euer Inventar gehen, auf mein Konto und euch das Geld eben auszahlen lassen. Auf euer Bankkonto oder auf euer PayPal-Konto oder auf euer Bitcoin-Konto. Und hier seht ihr, wie man Guthaben aufladen kann, falls man was kaufen will. In dem heutigen Video soll es ja darum gehen, ein Knife zu finden, dass wir dann im nächsten Giveaway raushauen. Ich zeige euch hier einfach alle Knife, sage auch ein bisschen was dazu, was ich ganz cool fände. Aber im Endeffekt sollt ihr dann entscheiden können, was gekauft wird. Also zumindest eine ungefähre Richtung. Ihr müsst jetzt nicht sagen, die Schattendolche Urban Mask für 42 Euro Einsatz erprobt. Es reicht mir schon, wenn ihr sagt, Falschenmesser oder Schattendolche oder Klappmesser oder Aufbrechmesser und so weiter, dass wir so eine gewisse Richtung haben. Okay, also legen wir los. Ich gehe einfach so langsam durch und halte an, wenn ich irgendwas cool finde. Und da kann man schon mal anhalten. Also diese drei hier sehen schon mal nice aus. Auch nicht schlecht. Und der Maskestil, okay, okay. Ich hatte eine Schattendolche Night, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So mittel. Ihr müsst euch von mir jetzt auch nicht beeinflussen lassen. Ich sage einfach nur so, was ich zu den Sachen denke. Ein Ultraviolet, auch ziemlich cool. Ja, kann man nicht sagen. Obwohl ein bisschen schnell, ein bisschen schnell. Und da sind ein paar Stained, ja. Ah, noch ein Ultraviolet, auch nicht schlecht. Oh, Stained, die können auch ziemlich lecker aussehen. Wir gehen weiter. Seite 2, schauen wir rein. Scorched, mhm, Scorched finde ich jetzt einfach nicht so nice. Ich weiß auch nicht. Das finde ich jetzt nicht ultra, nicht ultra ödel. Aufbrechmesser Ultraviolet. Gut, so ein Forest Diddy Pad kann auch ziemlich nice aussehen oder so ein Night. Hm. Oh, guck mal, sind das die Vanilla? Das sind Vanilla-Aufbrechmesser, oder? Kann das sein? Ha. That's interesting. Aha. Da ist nochmal ein Stained. Mhm. 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 Okay. Gut. Auf dem Aufbrechmesser sind die Diddy Pad aber nicht so geil aus. Auf dem kleinen Dünne ist aber nochmal was anderes. Da sieht es irgendwie ganz schick aus auf den, auf den Klappmessern, beziehungsweise auf dem Falcher-Knife. Oh. Dickes Jagdmesser mit Boreal. Könnte aber auch nice sein. So, und das war's schon. Hier sind noch Urban Masked. Und jetzt natürlich nochmal die Frage, was, äh, fändet ihr am besten? Also, zumindest welche Knife-Art. Ihr könnt auch gerne ein ganz spezifisches Knife nennen, aber ich denke, es würde schon helfen, wenn ihr die Knife-Art ungefähr, äh, aufschreiben könntet in die Kommentare. Ich werde auch einfach noch eine Umfrage im Video starten. Ungefähr an, naja gut, die Stelle hier werde ich nicht treffen. Aber ich werde eine Umfrage starten, die ihr die ganze Zeit machen könnt. Oben ist so ein I im Video, oben rechts in der Ecke. Also, da. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr die Umfrage und wahrscheinlich auch die Playlist. Da werde ich einfach reinschreiben, äh, Klappmesser, Jagdmesser, Aufbrechmesser, Fälchen-Knife oder Schattendolche. Ich glaube, das war's. Mehr Auswahl haben wir jetzt speziell in diesem Preissegment auch nicht. Aber immerhin schon mal Fünfer-Schiene. Das ist... An dieser Stelle natürlich mal wieder ein riesiges Dankeschön an Skin-Baron für die krasse Unterstützung. Es ist echt edel, dass ihr mir so viel, ähm, Geld anvertraut. Und das immer wieder. Damit ich hier für meine Community was Schönes rausklöppeln kann. Das macht echt Spaß. Also, so aufzubauen und dann rauszugeben und zu sehen, wie sich jemand freut. Das ist schön. Das ist natürlich auch ziemlich nice aus. Schaut mal hier. Der Preisvorschlag von, äh, Steam. 249, der Preis 173. Boom. Fabrik neu. Ist das was oder ist das was? Auf CSGO-Stash werden auch 249 vorgeschlagen. Guck mal, da ist echt ein Schnäppel. Wobei wir hier halt auch bei Schnäppel sind. Also das, äh, also man kann ja echt immer wieder richtig schicke Sachen finden. Wobei es den meisten wahrscheinlich eher, eher darum geht, dass man Dinge verkauft. Also eben Geld aus seinen alten Skins macht. Oder sich, äh, dann mit dem Geld einen neuen Skin kauft. Wie auch immer. Wie vorhin schon erwähnt, ist das eine komplett deutsche Seite. Deutscher Support. Wenn ihr irgendwelche Probleme haben solltet, könnt ihr direkt den Support anschreiben. Wobei ich hier, ähm, bis jetzt nur einmal ein Problem hatte und es lag an mir. Weil ich meinen, äh, Identifikator aktualisiert hatte. Und da habe ich mich dann gewundert, warum das, äh, Trading nicht funktioniert hat. Manche habe ich auch so einen kleinen Blackout. Ich reg mich ja immer über Leute auf, die sowas machen, ne. Wo der Fehler eindeutig bei ihnen liegt, aber sie sofort sagen, Alter, diese und jene Seite hat mich gerippt, geriggt oder wie auch immer. Also zu 80, 90, 100 Prozent sind die Leute ziemlich behindert und, äh, machen selbst die Fehler. Auch bezüglich Skin Baron habe ich jetzt schon zwei, drei Nachrichten bekommen, wo es hieß, Alter, die Seite ist rigged ja nicht so, äh, was ist los? Ich habe was gekauft, der Trade kam nicht. Ich dann so, ja, äh, hast du schon ein Ticket geschrieben? Was hast du denn gemacht? Hast du den Kauf richtig abgeschlossen? Und hast du aufs Team geguckt, ob er da ist? Und sie, ja, ja, ich habe alles gemacht. Ah, warte, der Trade ist da. Okay, danke. Aber erst so eine Scheiße schreiben. Also das ist, äh, manchmal ein bisschen nervig. Weil eben der dümmste anzunehmende User vor dem PC sitzt und dann, äh, so eine Scheiße macht. Das ist dann manchmal ärgerlich. Also wenn jemand halt direkt kommt und sagt, äh, rigged. Bei der Sache geht es mir dann nicht mal direkt um Skin Baron, sondern grundsätzlich um die Herangehensweise. Wie kann man da so bescheuert sein und direkt, ähm, so rumpimmeln? Wo doch der Fehler bei einem selbst liegt. Letztens gab es noch das Problem, dass jemand, äh, Geld einzahlen wollte. Und jemand wollte mit PaySafeCard aufladen. Und hier steht direkt, für die Aufladung via PaySafeCard fallen 50% Gebühren an. Er hat das gemacht und sich dann gewundert, warum 50% Gebühren anfallen. Mir geschrieben, da fallen 50% Gebühren an. Und ich denke, äh, ja, es steht doch sogar hier. Also es ist halt nicht die optimale Einzahlungsart. Also da würde ich zum Beispiel eher mit PayPal einzahlen. PaySafeCard hat bei sehr vielen Seiten eine recht hohe Gebühr. Bei dieser Seite, wo man Spielekeys kaufen kann, äh, Pinguin oder Kinguin, oder ist es MMOGA, ich weiß es nicht genau, da kostet es irgendwie 7 oder 10%. Also bei diesen PaySafeCard-Dingern ist die Gebühr meistens sehr hoch. Man muss halt Augen im Kopf haben, wenn man sowas macht, ja. Ihr könnt auch generell hier unten auf Gebühren drücken. Also die Seite ist komplett transparent. Ihr könnt hier alles nachlesen und schauen, was, äh, passiert. Wenn ihr kauft, kauft ihr Gebühren frei, also kostenfrei. Also ich will euch jetzt hier nicht alles vorkauen. Also ihr könnt das selbst anschauen, das steht hier alles. Nicht, dass halt jemand dann kommt und sagt, was? Man muss sich da anmelden. Es gibt einfach Sachen, da sollte man sein Hirn etwas öffnen und halt auch lesen und gucken. Und dann wisst ihr ja auch, wie der Hase läuft, ne? Seid schön fleißig und schreibt mir, was ihr gerne hättet. Das ist ja immerhin der Skin, der an euch gehen soll. Denkt an die Streams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30. Und seit einer Woche stream ich jetzt ja auch freitags immer. Da meistens etwas später, so ab 21, ab 22 und so weiter und so fort. Ja, sucht euch was Schönes raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.